ja hallo ich wollte noch ein kleines video hier machen und zwar geht es um den kopf stream ich wollte ja eigentlich habe ich mir gedacht ich mache mal wieder kopf streams aber da hat sich jetzt die letzte zeit nichts rausgegeben deswegen werde ich es am sonntag machen natürlich nicht so spät ich denke mal das ist so mindestens fünf also zwischen fünf und sieben denke ich mal mache ich das kann aber ein bisschen früher sein dass hier mal so ein kleines update kommt weil ich erzählen letzte zeit halt nicht so wirklich lust drauf hatte hatte schon eigentlich lust drauf aber ihr wisst ja wie das beim letzten mal passiert ist ich wollte den upload hochladen das hat dann ewig gedauert da musste ich das löschen und ja hatte jetzt auch nicht wirklich mehr lust da wirklich drauf klar aber es war schon irgendwo habe ich schon lust gehabt aber naja dieses problem bestand halt noch aber jetzt wlan scheint wieder alles okay zu sein da kommt dann demnächst dann sonntag wieder ein kopf stream und der muss weg der bad muss weg der sieht schrecklich aus